Taylor Swift unterstützt und zeigt Mitgefühl für die Überlebenden des Messerangriffs in London. Das Treffen zwischen Taylor Swift und den Überlebenden des Angriffs in Southport, einer kleinen Stadt in England, fand im Rahmen ihres Erastour-Konzerts im Wembley-Stadion in London statt. Für viele mag es nur ein kurzes Treffen gewesen sein, aber für diejenigen, die die Geschichte dahinter kennen, hatte dieses Ereignis eine tiefere Bedeutung von Mitgefühl und seelischer Unterstützung. Der schreckliche Angriff am 29. Juli erschütterte ganz Großbritannien und die Welt. Ein Angreifer drang plötzlich in eine Tanzklasse für Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren ein und verübte ein Massaker, bei dem drei Kinder getötet und acht weitere Kinder sowie zwei Erwachsene verletzt wurden. Die Grausamkeit und Sinnlosigkeit dieser Tat verletzten nicht nur die Familien der Opfer, sondern auch die Gemeinschaft und diejenigen, die Taylor Swift lieben, da die ermordeten Kinder begeisterte Fans von ihr waren. Angesichts dieser Tragödie zeigte Taylor Swift eine tief emotionale und menschliche Geste. Sie entschied sich, die Überlebenden und ihre Familien zu einem Treffen hinter den Kulissen ihres Konzerts einzuladen. Für die Kinder, die gerade eine schreckliche Katastrophe durchlebt hatten, war das Treffen mit ihrem Idol nicht nur ein Trost, sondern auch eine Botschaft, dass sie in ihrem Schmerz nicht allein sind. Taylor Swift, die für ihr Mitgefühl und ihre Nähe zu ihren Fans bekannt ist, nahm sich Zeit, um mit den Mädchen Autumn und Hope und deren Mutter, Sammy Foster, zu sprechen. Dieses Treffen war nicht nur ein Fotoshoting, sondern auch eine Gelegenheit für Taylor, ihre aufrichtige Zuneigung und Anteilnahme zu zeigen. Sie hörte sich die Geschichte der Familie an, teilte ihren Schmerz und zeigte Mitgefühl. Sammy Foster, die Mutter der beiden Mädchen, teilte später berührende Fotos des Treffens auf TikTok, die viele Menschen bewegten. Auf den Bildern ist Taylor Swift in einem funkelnden Bodysuit zusammen mit ihrer Mutter Andrea Swift zu sehen, wie sie mit Foster und ihren beiden Töchtern posiert. Das Besondere an diesen Fotos ist nicht nur das Lächeln der Mädchen, sondern auch die Art und Weise, wie Taylor und ihre Mutter eine Atmosphäre der Geborgenheit geschaffen haben, in der der Schmerz vorübergehend in den Hintergrund trat und Raum für glückliche Momente schuf. Sammy Foster bedankte sich nicht nur bei Taylor Swift für den magischen Abend, sondern zitierte auch den Text des Liedes »Kardigan« von Taylor, einem ihrer bekanntesten Songs, »Du hast Sterne um meine Narben gemalt«. Diese Zeile war nicht nur ein Dankeschön, sondern auch ein Eingeständnis dafür, wie Telos Musik und Fürsorge die emotionalen Wunden der Familie Foster ein wenig gelindert haben. Taylor Swift war nicht die erste Berühmtheit, die sich zu dem Angriff äußerte, aber die Art und Weise, wie sie ihre Unterstützung zum Ausdruck brachte, berührte viele Herzen. In einer Zeit, in der alle versuchten, die Opfer und ihre Familien zu trösten, nutzte Taylor ihre Stimme und ihren Einfluss, um eine Botschaft von Liebe und Solidarität zu vermitteln. Der Messerangriff in Southport hat eine tiefe Narbe im Gedächtnis vieler Menschen hinterlassen. Der 29. Juli 2024, ein Tag wie jeder andere, wurde zu einem Schicksalstag, als ein Angreifer plötzlich in eine Tanzklasse unschuldiger, ahnungsloser Kinder eindrang. Diese Kinder, mit Träumen und einer Leidenschaft fürs Tanzen, wussten nicht, dass dies der letzte Tag ihres Lebens sein würde. Der Angreifer, dessen grausame und erbarmungslose Tat drei Mädchen das Leben kostete, verletzte außerdem acht weitere Kinder und zwei Erwachsene. Die lokale Gemeinschaft, die Familien der Opfer und ganz Großbritannien waren erschüttert von diesem Ereignis. Die Sinnlosigkeit und Brutalität des Angriffs werfen Fragen nach Sicherheit und Schutz der Schwächsten in der Gesellschaft auf. Inmitten des Sturms von Trauer und Verlust mussten die Überlebenden sich mit den psychischen und physischen Folgen auseinandersetzen. Die Wunden sind nicht nur auf ihren Körpern, sondern tief in ihren Seelen eingebrannt. Doch die Unterstützung aus der Gemeinschaft und die mitfühlenden Taten von Menschen wie Taylor Swift haben ihnen das Gefühl gegeben, geliebt und beschützt zu sein. Der Angriff in Southport war nicht nur eine Tragödie für eine kleine Gemeinschaft, sondern er wurde zu einem Symbol für Schmerz und Verlust weltweit. Die Geschichten der Opfer, die Rettungsaktionen der medizinischen Teams und die Unterstützung der Gemeinschaft wurden in den Medien weit verbreitet. In diesen schweren Zeiten hat die ganze Welt den Schmerz geteilt und für die Betroffenen gebetet. Taylor Swift, mit ihrem globalen Einfluss, ist zu einer der stärksten Stimmen geworden, die auf den Angriff und seine Folgen aufmerksam macht. Sie hat nicht nur die Überlebenden getroffen, sondern auch ihre sozialen Medien genutzt, um Beileid auszudrücken und die Menschen aufzurufen, für die Opfer zu beten. Auf Instagram schrieb sie, der Schrecken des gestrigen Angriffs in Southport ist überwältigend und ich bin völlig schockiert. Der Verlust von Leben und Unschuld sowie das schreckliche Trauma, das allen Anwesenden, den Familien und den Ersthelfern zugefügt wurde, trifft mich zutiefst. Ich weiß gar nicht, wie ich den Familien mein Beileid aussprechen soll. Diese Worte, obwohl kurz, tragen eine tiefe emotionale Bedeutung und aufrichtige Anteilnahme in sich. Sie sind nicht nur ein Trost für die Familien der Opfer, sondern auch ein Aufruf an die ganze Welt, gemeinsam gegen Gewalt zu kämpfen und die Schwächsten zu schützen. Für die Überlebenden des Angriffs wird das Leben nie wieder wie zuvor sein. Sie müssen sich mit Wunden auseinandersetzen, die nicht nur körperlich, sondern auch seelisch sind. Diese Schmerzen werden nicht leicht verblassen, aber die Unterstützung der Gemeinschaft und die menschlichen Taten wie die von Taylor Swift können ihnen helfen, das Vertrauen ins Leben wiederzufinden. Autum und Hob, zwei Mädchen, die bei dem Angriff ihre Freunde verloren haben, werden diese Narben ihr Leben lang mit sich tragen. Aber das Treffen mit Taylor Swift, ihrer verehrten und bewunderten Person, könnte ihnen in den dunkelsten Tagen ein wenig Licht gebracht haben. Es ist nicht nur Trost, sondern auch eine Botschaft, dass sie auf ihrem Weg durch den Schmerz nicht allein sind. Ihre Reise, von den Tagen des Schmerzes nach dem Angriff bis zu den tröstlichen Momenten mit ihrem Idol, ist eine Geschichte von der Stärke des menschlichen Geistes. Trotz Verletzungen und Verlusten gehen sie weiter, mit Hoffnung und dem Glauben, dass das Leben noch viele schöne Dinge bereithält. Untertitelung des ZDF für funk, 2017